Hallo, hier ist Martin von MoneyMankies, das ist die DAX-Analyse für nun Montag, den 1.12.2021, wenn ich das richtig sehe. Damit ist der November abgeschlossen und steht durchaus negativ im Chart. Und was soll man zu dem süßen Kerlchen sagen? Es will halt nur spielen. Der kleine Teddybär hier zum Schmusen. Wir hatten am Vortag, also gestern, uns schon darüber unterhalten, dass im DAX, dass er mit diesen Tagesschlusskursen unterhalb der 200-Tage-Linie so ein Punkt ist, der halt durchaus noch Druck bringen kann. Er hat gesagt, wenn der jetzt zum Dienstag nochmal drunter geht, oder ich habe es auch konkret so gesagt, dass er schon damit rechnen würde, dass er auch ein neues Tief noch mal unter den Montag drunter setzt, die 270 einfach nochmal probiert zu unterbieten und wenn er sich dann da durchdrückt, dann eben auch hier in den Bereich um 15.1.15 reintauchen kann. Das war so ein bisschen die Erwartungshaltung. Viel mehr wollte ich zum Dienstag eigentlich gar nicht sehen. Und so richtig nutzen konnte man auch das nun wieder nicht, weil er die halbe Analyse schon in der Nacht eben durchgelaufen hat. Ähnlich wie wir das am Vortag hier eben auch schon hatten, wo es letztendlich das Aufwärtsgap alle durch die Luft gewirbelt hat. Hier war es jetzt das Abwärtsgap, was alle durch die Luft gewirbelt hat. Und das ist also krasse Gap-Action jetzt immer. Also auch ganz schön gestreut hier dieses fette Abwärtsgap, fette Aufwärtsgap, auch wieder kräftiges Abwärtsgap. Da ist echt momentan ganz schön Trouble drin. Also der ist einfach nervös, der macht. Das merkt man so Intradänen immer nicht so ganz. Aber über Nacht zeigt sich schon, dass insbesondere im asiatischen Raum da schon die Leute einen Drang haben, um außerbörselig da eben bestimmte Positionen zu kaufen und zu verkaufen, um eben dafür zu sorgen, dass wir die Gaps kriegen. Also nicht, weil die wollen, dass wir das Gap haben, sondern weil sie wirklich glauben, dass sie, wenn sie einen Tag noch warten, schlechter reinkommen und deswegen auch die erhöhte Gebühren eben über den außerbörseligen Handel dann in Kauf nehmen, um dann eben ihr Zeug noch durchzudrücken. So, unser DAX ist jetzt unter der 2,70. Drunter sollte rein in die 15.1.10, das Gap, das haben wir jetzt hier zu. Wir waren sogar unten am Tief dran. Wir waren sogar im Future, also im vorbörseligen Handel noch, wo der XT3 noch nicht schaffen hatte, waren wir sogar auf, schon deutlich tiefer gewesen. Er war schon bei 9,15 gewesen. Also schon mal den ersten Tipp in unsere Zone hier rein. Hat auch jetzt hier quasi nochmal ein neues Tief gesetzt. Das heißt, wir haben selbst 8 bis 22 Uhr jetzt hier nochmal ein tieferes Tief bekommen unter dem Freitag von letzter Woche. Und das, muss ich sagen, ist dann doch schon eine Erwähnung wert, weil wir ja letzte Woche Freitag dann über mögliche V-Erholung und so weiter gesprochen haben und über einen gegebenenfalls nochmal einsetzenden Rücklauf an die 200-Tage-Linie, von der er sich dann nochmal runterdrehen kann. Und das haben wir gesehen. Wir haben die 200-Tage-Linie angelaufen. Wir sind, also da müssen wir jetzt den Tagesschau zurückschalten, aber ihr habt es noch im Sinn, ne? Wir haben die hier getroffen, sind abgedreht, haben uns 100 gedreht und liegen nun am Tief. Wenn der jetzt hier nochmal drunter fällt, ist nach unten erstmal durchaus wieder eine Bewegungswelle Platz. Und die letzten Bewegungswellen hatte fast 900 Punkte Ausmaß, was dann eben von hier aus lostreten könnte. Und dann redet man wirklich um die Bereiche um fast 14.600 rum. Also, deswegen sollte man zum Mittwoch schon aufpassen, wenn der unter dem Dienstag jetzt abrutscht, weil der kann sich echt nochmal ein bisschen strecken dann halt, ne? Da sollte man vorsichtig sein. Ich würde nicht denken, dass er wirklich die volle Welle ausfährt und hier wirklich nochmal 900 Punkte runterdrückt, gemeißen von diesem Hoch hier bei 4.50 ab, ne? Sondern ich würde denken, dass wir eher in den Bereich dann reintauchen könnten, den wir hier auf Tagesschart eben markiert hatten. Hier unten die Zone zwischen 14.800 und 14.700. Mit ein bisschen Puffer vielleicht nach unten. Also, wenn man die Linie ganz genau nimmt, liegt die bei etwa 650. Das sind dann nur knapp 800 Punkte von dem Dip aus der 200-Tage-Linie hier weg. Oder verrechne ich mich jetzt? 400 sind, nö, sind genau 800 Punkte. Also, vom Rücklauf hier an die 200-Tage-Linie weg sind es dann 800 Punkte nach unten. Dann hätten die beiden Bewegungswellen, die unter dem Gord und abwärts gingen, zumindest ein adäquates Verhältnis. Und dann sollte man halt hier wirklich genau aufpassen. Also, 6.60, 6.65, 6.70 ist jetzt die Zone hier ein bisschen tiefer. Aber 6.50, 6.50 etwa, ne? Nehmt das aber ruhig ein bisschen gröber, das ist vollkommen okay. Und das könnte ich mir vorstellen, wenn er zum Mittwoch jetzt nach unten rausdrückt, dass er das durchaus erreichen kann, halt, ne? Also, das, und wenn es zum Donnerstag erst kommt und er eine Teilstrecke dahin ablegt, aber das wäre jetzt meine Erwartungshaltung, wenn wir jetzt unter dem Dienstag einfach weiter rausgraben, ne? Um das wirklich ganz konkret so zu sagen, wie ich es erwarte. Sollte der Dienstag nicht unter dem Dienstagstiefs rausgraben und nicht unter 15.000 verschwinden, dann dürften wir insbesondere oberhalb von 15.230 dann den Gap-Close bekommen, in die 3.20 rein. Ja, das heißt, dass wir hätten hier, das ist ja vom Vortag die Linie hier, ja, und dann könnten wir schon sagen, dann könnten wir schon sagen, hat er über 15.230, ja, man muss sagen, über 15.230 hat unser DAX-Potenzial bis in die 3.20 rein und dann gegebenenfalls auch bis in die 4.50. 3.20 und 4.50, das wären Erholungsziele, wenn er zum Dienstag keine neuen Teeps, äh, zum Mittwoch jetzt keine neuen Teeps generiert und wenn er das macht, setzt er auch noch zum Donnerstag den Chip oben drauf. Das sollte auch klar sein, das kann dann bis in den Bereich um hier 5.40 bis gar 600 eben dann reingehen. Ja, und das sind die Eckpunkte, die ich jetzt hier abstecken würde. Wie gesagt, unten fände ich es attraktiv für den Markt, wenn er uns noch den Schlenker bringt, ja, wenn er nochmal unter der 15.000 ein bisschen raus wird, aber das muss er natürlich alles zum Mittwoch machen, das ist ein bisschen viel verlangt vielleicht, aber ein kleines Stück, ein kleines, vielleicht unter die 900 mal legen, das würde schon viel ausreichen, um dem Donnerstag dann einfach sein Spiel zu geben und das könnte ich mir gut vorstellen. Deswegen würde ich ganz kurz sagen, unterhalb von 15.000 ist die Chartlage negativ und Risiko da im Chart, definitiv, ne, und oberhalb von 15.2.30 würde ich mich nach oben hin vielleicht kurzfristig nach Longs umschauen, ne, kurzfristig nach Longs umschauen und, äh, ansonsten den hier dazwischen einfach noch ein bisschen rumtanzen lassen, ja. Das sind so die Punkte, die ich sehe, die für mich wichtig sind, haben eine grüne Tageskatze, aber die ist noch weit aus dem Band raus, ähm, in diesem Sinne, wir sind auch wieder unter diesen, unter diese, ähm, Abwärts-Trendkante gefallen, also, das ist schon, das ist schon, äh, das ist schon echt nicht so, das ist hier nicht, ähm, die Yellow from the Egg, ne, ist schon noch Risiko drin, das ist der dritte Tagesschluss unter der 200-Tag-Linie, da interessiert mich auch ganz ehrlich, die grüne Katzenkörper und Feuchten, wirklich, also, das hätte sich dann auch klemmen können, ähm, der überzeugt mich nicht, das tut mir leid, sollte er aber jetzt das hinkriegen, Sollte er hinkriegen, Tagesschluss über 2,80 Wollte ich euch jetzt sagen, dann wäre das long Aber ist es eigentlich auch nicht Ne, ne, da soll man da über die 4,50 wieder drüber Über die 2,30 rein in die 3,20 Das ist alles noch negative Chartlage dann Und unter 15.000 wird es ja so und so richtig kritisch Bis aber dann eben auch erst hier Also so diese ganz großen Hyox-Botschaften von wegen Wir fallen jetzt bis 10.000 und wir fallen jetzt bis 5.000 Und keine Ahnung, da bin ich noch ein bisschen verhalten Ich will das erst sehen, dass die Linie hier bricht Das haben wir die letzten Tage analysiert und hergeleitet Sollte der sich nämlich hier einfach nur umdrehen Und wieder nach oben tigern, dann macht der auch bloß wieder sein V zurück Ja, und denken auch wieder alle, na, Börse ist doch völlig verrückt Und völlig wahnsinnig, das habe ich schon so richtig vor Augen Deswegen möchte ich gerne den Bereich hier einfach noch sehen Und hoffe, er bringt uns den halt auch Wäre ein bisschen schade, wenn er sich vorher schon wegdreht Und man dann hier aufs V wartet und dann kommt's Und dann kommt's und man hat's letztendlich verpasst Aber deswegen auch eben der Hinweis Oberhalb von 2.30, dann vielleicht Richtung 3.20 orientieren Oberhalb von 3.20 durchaus bis hier in die 4.50 Bis fast 600 rein, na Das sind alles Erholungsziele, die er dann oben ausspielen kann Wenn er sich eben oberhalb von 2.30 bewegt Und so wird es einfach abstecken Oberhalb von 2.30, 2.70 eher nach oben orientieren Unterhalb von 15.000 nach unten orientieren Unterhalb von 15.30 Punkt, Punkt aus, Ende, ohne Komma, ohne Strich So ist es und damit lasse ich euch alleine Wünsche euch viel Erfolg zum Mittwoch Gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder Bis dahin, tschüss Gute Gelingen